So, haben wir das erfolgreich gemacht und haben uns somit den dritten Punkt geholt. Hallo, ich spiele heute ne Runde Titanfall und zwar setze hier nochmal ne Burn Card ein, die Spectre-Tarnung. Du bist jetzt ein Spectre, also ich höre mich an wie ein Spectre, ich sehe aus wie ein Spectre und ja. Wir spielen den Spielmodus Totgeweiht, der ist für kurze Zeit spielbar, wahrscheinlich um den Spielmodus einfach mal ein bisschen hier zu testen. Und ja, in diesem Modus geht es darum, dass in jedem Team ein Gegner ausgewählt wird, also dieser wird totgeweiht. Wir müssen versuchen, das Ziel aus dem anderen Team zu töten, aber gleichzeitig unser Mitglied zu schützen. So in dem Sinn. Und wer als erster irgendwie 10 Punkte gemacht hat, der gewinnt. Jetzt hat zum Beispiel das gegnerische Team unseren getötet und somit bekommt ihr einen Punkt. Jetzt braucht mich hier keiner abschießen. Finde ich mich gar nicht toll. Jetzt kümmern wir uns auch mal darum, den nicht hier irgendwie zu töten. Sieht man ja auch schön so auf der Karte. Generell wurde Titanfall so ein bisschen erneuert. Ähm, und deswegen, also es wurde ein bisschen schicker gemacht und so. Jetzt werfen wir einfach eine Rucksacklade runter, hat mir nichts, hat nicht geholfen und ich bin tot. Ist doch super. Ähm, ja. Jetzt haben wir wenigstens ein Punkt gemacht, dass er stets 1-1 und den da oben, der kann da mal hingehen, wo er Feuer wächst. Ähm. Sag jetzt nicht, der ist da. So. Dich habe ich gesehen, also jetzt bist du tot. Ähm, den müssen wir jetzt also beschützen und gleichzeitig den anderen auch töten hier. So. Haben wir das erfolgreich gemacht und haben uns somit den dritten Punkt geholt. Ich entschuldige mich dafür, dass gestern keine Folge kam, da wir es einfach zeitlich nicht geschafft haben. Und. Weil er heute auch kein Skyblock kommt, da wir auch nicht besonders die Zeit dazu haben. Äh. Also, er gesagt, Jan Christoph ist ziemlich heißer und das ist dann ja auch doof. Ähm, ja. Ich bin totgeweiht übrigens und muss also versuchen, irgendwie nicht zu sterben. Ich gehe jetzt hier einfach mal, er ist tot. Vielleicht gehe ich hier irgendwie auf den, auf den einen Titan drauf, um mich zu schützen. Jetzt brauche ich es ihn nicht mehr. Und somit war es auch der vierte Punkt. Hm. Jetzt können wir eigentlich wieder runter, was soll ich denn noch? Gehen wir hier lang und. Ja. Jetzt können wir den los, los, los. Ja. Super. Aber er ist trotzdem gestorben. Also es ist mir schnuppe. Ich sterbe auch mal. Ich darf das. So, den holen wir uns los. Titanfall runter. Ähm. Und. Okay, ist ja schon, ist schon weg, also hol ich mir den da hinten. So. Lachen wir den hier schön. Nein, hau doch jetzt. Och, jetzt habe ich da so ein Kakrodeo drauf. Und er ist rot. Super. Ja. Und. Habe ich den getötet und jetzt kümmere ich mich um den da hinten. Ja. Der hat mich die ganze Zeit verfolgt. Das ist super. So. Ähm. Nur Spielmode generell. Also ich finde ihn ziemlich gut. Ist mal was Neues. Ähm. Mir gefällt er. Muss ich sagen. Ich finde es. Macht Spaß. Und das muss es ja auch. Ja, mit einer Schrott von mir. Aber ich bin besser als du. Generell finde ich Titanfall immer noch mega geil. Weil es einfach dieses Neue ist. Dieses. Diese Art. Und das finde ich einfach. Macht mir Spaß. Ich mag Battle Feet jetzt nicht. Oder. Ähm. Call of Duty. Weil es einfach so ein bisschen zu real ist. Das ist jetzt aber auch neu. Ich sehe so richtig wie ich in aller Einzelteile. Geflogen bin. So richtig so. Blutspritzer und alles drum und dran. Ich hatte das Verb sechs Jahre an das Spiel. Da gehen wir jetzt nochmal schön Rodeo drauf. Los, 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 los. Mach mal. So, den holen wir uns. Und. Ja, sterben. Das finde ich auch gut. Ich dachte mir erst der eine kam entgegen. Und da dachte ich erst, das wäre der. Da kam ich ein bisschen durcheinander. Ich bin das nächste Ziel. Das ist ja super. Halb tot, aber egal. Schnell hier rein. Werde eh gleich sterben. Oh. Einfach immer schön in Bewegung sein. Dann. Habe ich eher so die Hoffnung, dass mich keiner bekommt. Oh. Müssen wir denn immer mit Titans da drauf schießen. Und der ist eh tot, also. Super. Ähm. Gibt mir Punkte, also es ist mir Schnurr. So. Das sind alles Titans. Und da ist ein Feind hier. Da gehe ich jetzt mal nicht hin. Aber da oben gehe ich hin. Oh, der ist ja auch Titan. Schnell hier rein. Bitte, bitte. Oh. Jetzt reiche ich erst mal. Ähm. Ja, komm doch her. Komm doch her. Das ist ja nicht gut. Nein. Doch nicht durchs Elektro geschützt. Ich dachte, ich könnte den jetzt. Könnte jetzt schön auf den Dorf klettern. Mh. So. An dem Titan schön vorbeischleichen. Nicht gut. Und. Hier lang. Da lang. Und. Tot ist er dann. Ist er auch schon. Dann schnappen wir uns einfach das nächste Ziel. Können uns ja nicht jedes Teammitglied. Äh. Jedes. Ihn Gegner holen. So. Warum hat der eigentlich immer. Muss das markierte Ziel immer. Äh. Titan haben. So. Haben wir den erfolgreich getötet. Den auch. und sind erfolgreich auch gestorben. Ja. Bin ich toll. Ich freue mich sowas von. Äh. Einmal noch neu spawnen. Schnell. Was schieße ich denn? Jetzt ist da schon wieder ein Titan. Es sind zwei. Die haben zwar nur zwei Titans. aber ich bin immer in der Nähe. Von den Titans. Ist ja. Keine Birken. Burn Card. Genau. Wollte doch mal in meinen Titan klettern. So. Hat der immer noch einen Titan dort oben. Ja. So lange der nicht nach vorne geht. War mir ist eigentlich egal. Wollen wir uns den. Ballern da unser Markazin drauf. Und. Der lebt ja immer noch. Super. Ähm. Schnell dahin. Hä. War ich nicht auf dem Dorf? Oder war das ein neues Team? So. Wollen wir uns den. Den haben wir uns auch erfreulich. Beholt. Schön in der Luft. So. Diese ganzen Frontsoldaten. Ihr könnt euch mal. Verpieseln. Ja. Also ein Frontsoldat geht. Aber die Masse macht es halt aus. Wenn da 10.000 Frontsoldaten dann auf dich zukommen. Dann hast du auch immer keine Lust mehr. Ich bin das nächste Ziel. Und deswegen haue ich ganz schnell ab. Super. Ich hoffe ich komme irgendwo. Ja. Finde ich gut. Punkte wieder bekommen. Ich kann jetzt nichts tun. Und wir müssen noch einen Punkt machen. Und die auch nur noch. Äh die müssen noch zwei Punkte machen. Also wenn die jetzt einen Punkt machen geht es um die Wurst. Und. So. Ja. Der ist erfolgreich gestorben. Und damit haben wir den Sieg. Ich hoffe mal in 46 Sekunden. Kommt erst das Schiff. Ne. In 30 Sekunden schon. Ist doch doof. Da kann ich mir noch nicht mal den Titan. Äh meinen Titan holen. Aber ich kann erfolgreich hier. Schön so ein bisschen campen. Das ist doch schön oder? Wenn da also gleich wegkommt. Dann kann er erstmal schön E drücken. Oder. Und kann diese Dinger da zünden. Ja das war ein bisschen doof. So. Oh. Schön. Ich dachte ich könnte nochmal schön mit dem Sprungtritt töten. Aber. War wohl doch nichts. Ja. Damit denke ich. Hoffe ich. Euch hat dieser Spielmode auch gefallen. Dieser neue. Wir werden wahrscheinlich jetzt mal ein bisschen öfter spielen. Da ja nur für kurze Zeit. Zu spielen ist. Und dann sehen wir uns einfach. Äh morgen wieder. Äh. Wenn es dann die Skyblock Folge gibt. Ähm. Die verschieben wir einfach morgen. Habe ich ja gesagt. Durch. Zeige Probleme. Und dadurch dass. Ein Christoph Hals. Ein bisschen heiser ist. Ähm. Gibt es hier heute nicht. Und dann sehen wir uns einfach. Morgen oder heute bei Watchlogs. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020